Sie laufen ohne Beine. Sie fressen ohne Maul. Wie Raumkapseln ziehen sie um die Erde. Als schleimige Monster gehen sie auf Beutezug. Und als zarte Geschöpfe sorgen sie für Millionen von Nachkommen. Japanische Wissenschaftler haben bei ihnen sogar Zeichen von Intelligenz entdeckt. Schleimpilze sind Wesen wie von einem anderen Stern. Fast unbemerkt haben sie unseren Planeten erobert. Ein Städtchen zu Füßen der Schwäbischen Alb. Freundlich, friedlich, sauber. Auch der Kindergarten. Doch plötzlich droht Unheil. Wie aus dem Nichts tauchen sie auf. Giftig-gelbe Schleimpakete. Eklig und bedrohlich. Im Rindenschrot mitten auf dem Spielplatz. Weg damit. Aber jeden Morgen sind sie wieder da. Empörung und Beschwerde bei der Gemeindeverwaltung. Die gelbe Flecke, die es dort hat. Das ist ja unglaublich. Sieht aus wie lebender Müll aus dem Weltraum. Das kann doch gefährlich sein. Das ist doch giftig. Dieses gelbe Zeug. Das ist eine Zumutung. Bis schließlich der ganze Rindenschrot abgetragen und abgefahren wird. Zu spät hat Karl-Heinz Baumann von der gelben Gefahr im Kindergarten gehört. Er weiß, dass es sich um harmlose Organismen handelt. Drachendreck nennt sie der Volksmund. Myxomyceten sagen die Wissenschaftler. Und auf Deutsch heißen sie Schleimpilze. Obwohl sie gar keine Pilze sind. Höchst merkwürdige Lebensformen jedenfalls. Und seit Jahren ist Karl-Heinz mit der Kamera hinter ihnen her. Erst im Film nämlich zeigen die seltsamen Wesen ihr wahres Wesen. Was unserem Auge verborgen bleibt, bringen die Filmbilder ans Licht. Bilder eines bewegten Lebens. Der Schleim marschiert über den Untergrund. Wenn auch weniger dramatisch, als es der Zeitraffer suggeriert. Für jeden Zentimeter braucht der Schleimpilz eine volle Stunde. Und wenn er hektisch zu pulsieren scheint, dann nur, weil er nach jedem Vorstoß einen kleinen Rückzieher macht. Schleimpilze brauchen Feuchtigkeit. Sobald es regnet, quellen sie aus Ritzen und Löchern und ziehen los auf Futtertour. Sie fließen über Algen und Bakterien. Und wenn sie auf einen großen Holzpilz stoßen, umso besser. Auch er wird zersetzt und verdaut. Wie von Geisterhand formen sich Adern, um die Nährstoffe im ganzen Körper zu verteilen. Bis heute weiß niemand, was diese Röhren entstehen und wieder verschwinden lässt. Schleimpilze sind Verwandlungskünstler. Wenn zwei zusammentreffen, fließen sie ineinander und ziehen als größeres Lebewesen weiter. So einfach ist das. Nur bei Trockenheit wird alles anders. Dann müssen sie schleunigst zurück in den feuchten Untergrund. Andernfalls. Andernfalls müssen sie Zuflucht nehmen zu einem letzten Verwandlungstrick. Unser Schleimpilz fährt die Pulsrate herunter, bis zum Stillstand. Er wird fest und verfällt in Trockenstarre. Hart wie altes Brot kann er Monate über dauern. Und auch ein bisschen angeknabbert zu werden, macht ihm nichts. Was auf der Erde kreucht und fleucht, was Blüten trägt oder Blätter treibt, ist nach demselben Grundmuster konzipiert. Nach dem Baustein-Prinzip. Millionen von Zellen arbeiten zusammen und bilden einen einzigen Organismus. Die Pflanzen sind viel Zeller, die Pilze sind viel Zeller und natürlich auch die Tiere. Sie alle werden und wachsen durch fortgesetzte Teilung einer Eizelle. Wir bekanntlich auch. Hundert Billionen Zellen formen unseren Körper. Zurück zu den Schleimpilzen. Bei ihnen gibt es nichts dergleichen. Ein Regenschauer bringt unseren Drachendreck zurück ins pulsierende Leben. Und er demonstriert ein völlig anderes Bauprinzip. Sein fließender und tastender Körper besteht aus einer einzigen Zelle. Es gibt keine Bausteine, die durch Zellwände oder Membranen abgegrenzt werden. Was sich hier zielstrebig vorwärts schiebt, ist eine gigantische, wabernde Riesenzelle. Größer als eine Hand. Schleimpilze sind Außenseiter der Evolution. Verständlich, dass so mancher ein Auge auf sie wirft. Rund um den Globus haben Myxomyceten ihre Liebhaber gefunden. Sie sammeln, bestimmen die Art und fühlen sich im Glück. Karl-Heinz will mehr. Er will die Aktionen der Schleimpilze studieren und sie zu Hauptdarstellern seiner Filme machen. Wer weiß, welche neuen Stars er in diesem Holzklotz entdeckt. Der Set ist gebaut. Die Kameras stehen bereit. Das Licht wird gesetzt. Fragt sich nur, wann sie erscheinen, die Akteure aus dem Holz. Kamera läuft. Jede halbe Minute ein Bild. Das Ganze in wohlig-feuchter Atmosphäre. Doch die Stars lassen auf sich warten. Eine gute Gelegenheit, sich etwas umzusehen in Karl-Heinz' Wohnung. Die Ehe die Wohnung von Schleimpilzen ist. Tausende von Schächtelchen und Schalen. Ein ganzer Zoo von Myxomyceten. Doch jetzt kommt Leben in die Filmkulisse. Der Auftritt aus der Tiefe des Holzes. Eine glänzende Darbietung mit vielen Höhepunkten. Wenn der Schleim aus dem Holz nach draußen drängt, dann nur um sich wieder einmal zu verwandeln. In merkwürdig poröse Kissen. Ihr Geheimnis werden sie noch verraten. Totes Holz jedenfalls ist ein gefundenes Fressen für Schleimpilze. Recycling im Wald. Zu Füßen der französischen Alpen im Kloster St. Paul treffen sich alljährlich die Brüder und Schwestern der europäischen Schleimpilzgemeinde. Zum Auftakt großes Kino. Karl-Heinz zeigt seinen neuen Thriller, der Schleimpilz, der aus der Kälte kam. In der Hauptrolle einer der großen Myxomyceten, Vatamia utriculares. Noch hält er sich geschickt verborgen zwischen Schnee und Eis und gewöhnlichen Holzpilzen. Doch dann zieht er los. Sein Killer-Instinkt bricht sich bahn. Er organisiert den Nahrungstransport über Pipelines, die von der Fraßfront nach hinten führen. Eine Gruppe von Galertpilzen muss dran glauben. Größere Beute bringt Vatamia erstmal zu Fall. Dann löst er das Pilzgewebe auf. Gelbstielige Muschelseitlinge. Essbar. Das Pilzgericht ist noch nicht verdaut, da erkunden schon Ausläufer das weitere Terrain. Ein Überhang. Zögernd, so scheint es, stülpt der Schleimpilz Probestränge in die Tiefe, um den Abgrund auszuloten. Als wolle er testen, ob es hier weitergeht. Über drei selbst geschaffene Schleimstränge seilt er sich in die Tiefe ab. Und giert nach Meer. Groß und stark geworden, erklimmt Vatamia ein ausgewachsenes Stockschwämmchen. Die zarten Lamellen sind schnell verdaut. Beim zähen Stiel dauert es etwas länger. Und schon wartet ein neues Abenteuer. Die Feuchtigkeit schwindet. Das Laub vertrocknet. Gefahr im Verzuge für den wasserbedürftigen Helden. Da hilft nur Härte gegen sich selbst. Rückzug in die Trockenstarre. Bad Hamias Pause vom Leben wehrt bis zum nächsten Regen. Dann ist die Trockenübung vorüber. Der Schleimpilz tankt Wasser aus der Umgebung. Kehrt zurück ins pulsierende Leben, um sich endlich seiner Fortpflanzung zu widmen. Höhepunkt aller Verwandlungskunst. Die Riesenzelle schnurrt zusammen zu kleinen Trauben. Im Laufe eines Tages verfärben sie sich und reifen zu Fruchtkörpern. Darin eingeschlossen feinstes Spurenpulver. Gut eine Million Spuren in jeder dieser winzigen Beeren. Sie warten nur darauf, ins Freie zu kommen. Jede Schleimpilzart überrascht mit anderen Fruchtkörpermodellen. Trichia modelliert gestielte Kügelchen. Fuligo wandelt sich in flache Polster. Mit reichlich Hohlraum für die Spuren. Das Geheimnis der porösen Kissen. Stimonitis wird zu einem Büschel Wunderkerzen. Und Lamproderma entwickelt Balance auf zarten Stielen. Der Schleim der Myxomyceten gerinnt zu eigenwilligen Kreationen. Überflüssiges wird ausgeschwitzt. Und abgeholt. Die Spuren im Innern sind noch begehrter. Die Speisung der Krabbeltiere zahlt sich aus. Ein Teil der Spuren bleibt unverdaut und wird andernorts wieder ausgeschieden. Gib ihnen Spuren und sie besorgen die Verbreitung. Keine schlechte Strategie. Wenn sich Schleimpilze an ihre Fortpflanzung machen, scheinen sie das wörtlich zu nehmen. Wie pflanzen bilden sie Stiele und Fruchtkörper aus. Und wie pflanzen nutzen sie Tiere zu ihrer Verbreitung. Was für ein Lebenswandel von Batamia und Genossen. Ein schöner Film, loben die Myxo-Freunde von St. Paul. Aber alle brennen darauf, ihnen selbst zu begegnen. Den Aliens aus dem Mikrokosmos. Schön. Der Pater aus Belay zum Beispiel. Lehrer, Handwerker, Apotheker oder Professoren. Sie alle suchen Erfüllung in der Myxo-Welt. Den Kopf geneigt, die Knie gebeugt, so kommt man ihnen nahe. Vielleicht gar eine neue Art? Der Traum eines jeden Schleimpilz-Sammlers. Jeder Fund ist eine Offenbarung. Und Marianne Maillet weiß sie zu deuten. Bis spät in die Nacht bleibt die Gemeinde vereint. An Mikroskopen und Binokularen. Jeder will wissen, welche Neuzugänge in seine Sammlung kommen. Also Michel, sie sind da präsent. Solange Schleimpilze über den Boden kriechen, sind sie oft zum Verwechseln ähnlich. Erst der Bau der Fruchtkörper verrät, um welche der über 1000 Schleimpilz-Arten es sich handelt. Viele, viele Möglichkeiten. Für Marianne Maillet ist das eher ein Ansporn. Jedes Jahr startet sie in der Hauptstadt eine besondere Mission. Sie will die Bürger aufklären über den Reichtum der Architektur. Der Schleimpilz-Architektur versteht sich. Ihr Missionszelt entwickelt sich zum Renner. Die ganze Welt der Myxo-Muzieten. In Bildern und Präparaten. Und mittendrin Marianne. Wir nehmen noch das für eine Schachtel. Ja, glaube ich. Sie demonstriert. Sie erklärt. Sie klärt auf und missioniert. Marianne wird zum Propheten der Myxo-Mytheten. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. So verkündet sie ihren Besuchern und fordert auf zum Blick durch die Lupe. Andere gehen andere Wege. Auch Karl-Heinz will die Schleimpilze populärer machen. Mit drei aufwendigen Bildbänden möchte er sie unters Volk bringen. Über 5000 Mal hat er sie porträtiert. Jetzt steht er vor der Qual der Wahl. Kein Verleger wollte das Risiko solcher Bücher tragen. Karl-Heinz gründet einen eigenen Verlag. Was tut man nicht alles für die kleinen Schleimer mit den bunten Früchtchen? Und weil das Ganze auch wissenschaftlichen Ansprüchen genügen soll, dürfen mikroskopische Zeichnungen nicht fehlen. Der innere Aufbau der Fruchtkörper ist für Fachleute ein wichtiges Bestimmungsmerkmal. Wolfgang Nawotny aus Linz steuert hunderte solcher Zeichnungen bei. Den Text besorgt Hermann Neubert. Die Myxomytheten können in Druck. Zu lösen bleibt das Problem der Verbreitung. Karl-Heinz könnte da einiges lernen von seinen Schleimpilzen. Zunächst einmal stellen sie eine Unzahl von Kopien her. Kopien des Erbmaterials in Spuren verpackt. Eine Auflage von Millionen. Die Lagerräume der Fruchtkörper sind bis an den Rand gefüllt. Die Frage ist, wer den Vertrieb übernimmt. Und hier unterscheiden sich die Strategien. Die einen setzen auf die Muskelkraft von Beinchen. Wir kennen das schon. Die Spuren werden verschlungen und verschleppt. Sonderlich groß ist die Reichweite nicht. Andere setzen ganz auf die Spülkraft des Regens. Die Fruchtkörper platzen und das Spurenpulver wird davongeschwemmt. Die meisten Schleimpilze aber nutzen die Kraft des Windes. Und wer sich auf ein Stielchen stellt, kommt noch mehr zum Zuge. Warum nicht gleich ganz nach oben, in großem Stil? Der Schleimpilz Didymium geht auf die Anregung ein. Er besteigt die Pestwurz und benutzt sie als Lift nach oben. Die haarige Unterseite der Blätter ist wie geschaffen, um sich festzuhalten. So wächst der Schleimpilz weit über sich hinaus. Und in luftiger Höhe entwickelt er Sporenkapseln. Das Prinzip des Sendeturms. Je weiter er nach oben ragt, umso größer seine Reichweite. Die Didymium hat es längst erkannt, sendet seine Spuren weit in alle Winde. Metatricha floriformis gibt dem Wind sogar Schützenhilfe. Schon während des Aufplatzens schießen Spuren in alle Richtungen. Im Innern der Fruchtkörper steckt eine Maschinerie aus gedrillten Fäden. Unter dem Elektronenmikroskop entpuppen sie sich als perfekte Schleudern. Sie katapultieren die Spuren in den Wind. Pakete mit Erbmaterial. Leichtgewichte. Nur Bruchteile eines Millionstel Gramms. Aber widerstandsfähig verpackt für eine lange Reise durch die Luft. Die Sporenhülle mit Rillen und Riefen durchzogen, um dem Wind mehr Angriffsfläche zu bieten. So fliegen sie über Meere und Kontinente hinweg. Schleimpilze verschicken ihren Nachwuchs rund um die Erde. Auch Hochgebirge sind keine Hindernisse. Im Gegenteil. Manche Sporen brauchen Schnee und Kälte, um zu keimen. Im Schmelzwasser unter der weißen Decke zeigen sie, was in ihnen steckt. Sie entlassen, kaum zu glauben, ein quicklebendiges Tierchen. Wenn nötig, entwickelt es einen Zusatzantrieb. Dann schwimmt es mit Geißelschlägen durchs Wasser. Und sucht seinesgleichen. Haben sich zwei gefunden, dann vereinigen sie sich. Und auch ihr Erbmaterial. Ein mikroskopisch kleiner Schleimpilz entsteht. So winzig, dass er nur Bakterien fressen kann. Aber auch Kleinvieh nähert. Der Schleimpilz wächst und gedeiht. Obwohl er dabei eine einzige Zelle bleibt. Wie es weitergeht, hat er uns längst gezeigt. Größere Jagdausflüge, größere Beute und schließlich wieder die Verwandlung in ein friedliches, pflanzenähnliches Wesen. Schleimpilze sind Pendel-Existenzen zwischen den großen Reichen des Lebens. Es lohnt sich einfach, ihnen nachzusteigen. Karl-Heinz an der Schneegrenze in den österreichischen Alpen. Er übersieht die Krokusse und sprießenden Gräser. Er hat nur Augen für die winzigen blauen Perlen unter dem Schnee, die bereit sind, ihre Spuren zu verschicken. Zum Beispiel in die Nebelwälder Kanadas. Hier sollten Schleimpilze eigentlich paradiesische Zustände finden. Feuchtigkeit und Nässe satt. Doch es gibt des Guten zu viel. Heftige Schauer zerfetzen die zarten Gebilde. Dicke Tropfen, die von Flechten und Bäumen rinnen, schlagen ein wie Bomben. Und selbst an regenfreien Tagen droht Gefahr. Die kriechenden oder krabbelnden Tiere, die über den noch feuchten Waldboden laufen, sind harmlos. Sie ignorieren den Schleim und gehen darüber hinweg. Gefahr für die Schleimpilze, so stellt Karl-Heinz fest, kommt aus dem Mikrokosmos. Immer wieder entdeckt die Kamera Fruchtkörper, wie in Watte gepackt. Bei genauerem Hinsehen entpuppt sich der weißliche Überzug als gewöhnlicher Schimmel. In der feuchten Luft des Nebelwaldes machen sich Schimmelpilze breit. Echte Pilze. Vielzellige Organismen also. Mit ihren Pilzfäden wachsen sie ins Innere der Fruchtkörper ein und zersetzen sie. Das Ende eines Myxomyceten. Wir sollten schleunigst den Nebelwald verlassen und anderen Sporen folgen. Nach Fernost, in die Hauptstadt Japans. Ausgerechnet Tokio. In dieser künstlichen Hochhauslandschaft mit ihrem hektischen Lebenstempo. Wo soll hier Raum sein für Myxomyceten? Und Raum, sich mit ihnen abzugeben? Doch Tokio hat auch Oasen. Mitten im Zentrum der Kaiserliche Garten. Wer Ruhe sucht, kann sie hier finden. Und wer Schleimpilze sucht, womöglich auch. Kaiser Hirohito, studierter Biologe, hat hier im Jahre 1933 eine neue Art entdeckt. Hemitrichia imperialis. Der Kaiserliche Schleimpilz wird heute im Wissenschaftsmuseum aufbewahrt. Primus Interparis, neben 40.000 anderen Aufsammlungen aus ganz Japan. Dr. Hagiwara führt uns den Schatz vor Augen. Hemitrichia imperialis, von herrschaftlicher Hand gesammelt. Mit dieser Historie ist die Begeisterung für Schleimpilze geradezu Pflicht. Und der erste Schritt dorthin sei die Lust am Schleim, so Dr. Hagiwaras Philosophie. Der Wissenschaftler hat ein Rezept für künstlichen Schleim entwickelt und offensichtlich findet es großen Zuspruch. Von Ekel, keine Spur. Und wenn der Spaß am größten ist, kommt ein lebender Schleimpilz auf den Tisch. Erste Begegnung mit einem Myxomyceten. Und gleich so viel Vergnügen. Der Botanische Garten in Tokio. Japanische Myxomyceten-Freunde bei der Arbeit. Ganz offensichtlich handelt es sich um dieselbe Spezies wie in Europa. Kräftige Schuhe, ausgebeute Hosen, niemals eine Krawatte. Obligatorisch jedoch? Die Lupe, die wie ein Orden um den Hals getragen wird. Wie ihre Kollegen in Europa legen sie Hass und Hetze ab. Wirken gelöst und doch ganz bei der Sache. Als wären sie unter der Lupe auf ein Stückchen Glück gestoßen. Schleimpilze scheinen auch ihre Sammler auf wundersame Weise zu verwandeln. Jeder Schatz bekommt sein Schächtelchen. Handgefaltet, im Land von Origami. Und gleich nach den Schleimpilzen kommen die Schleimpilzbücher. Die Neuerscheinung aus Deutschland hat längst ihre Liebhaber gefunden. 1.000 Kilometer nördlicher. An der Universität von Sapporo. Im Institut für Elektronik läuft ein einzigartiges Experiment. Ein Intelligenztest für Schleimpilze. Kandidat ist Polizifalum. Zu deutsch der Vielköpfige. Wie viel er im Kopf hat, wird sich zeigen. Vorgegeben ist ein Labyrinth. Mit zwei Punkten. A und B. Gefragt ist nach der kürzesten Verbindung zwischen A und B. Eine Aufgabe, die lösbar ist. Für uns. Und für einen Schleimpilz? Toshiyuki Nakagaki holt seinen Schützling zum Test. Für Sarum Polizifalum. Eine einzige, riesige Zelle. Zunächst einmal soll sie in das Labyrinth umziehen. Und das geht verblüffend einfach. Stück für Stück wird abgetrennt und umgesetzt. Kein Vielzeller würde diese Prozedur überstehen. Aber für Schleimpilze gelten andere Gesetze. Nakagakis Stückwerk ist völlig ausreichend. Für die gleichmäßige Verteilung sorgt der Schleimpilz selbst. Die Portionen von Polizifalum vereinigen sich wieder und besetzen das ganze Labyrinth. Jetzt kann der eigentliche Test beginnen. Finde den kürzesten Weg von A nach B. Dazu wird in beiden Punkten ein Futterdepot eingerichtet. Der Schleimpilz kann nicht widerstehen und macht sich über die Futterstellen her. Der Zeitraffer bringt seine ganze Gier zutage. In regelrechten Fresswellen stürzt er sich auf die Haferflocken. Trotz allem aber hält er die Verbindung aufrecht. Zwischen den beiden Futterquellen. Überkräftige Adern, die das Labyrinth durchziehen. Manche Wege jedoch scheint er zu meiden. Aus Sackgassen zum Beispiel ziehen sich die Adern zurück. Hinterlassen nichts als ihre Spuren. Auch Umwege werden geräumt. Und nach einigen Stunden gibt es nur noch eine Hauptschlagader. Ein Verbindungsstrang zwischen A und B. Ohne Zweifel der kürzeste Weg. Intelligenztest bestanden. Polycephalum indessen hat vollgefressenes Labyrinth verlassen und denkt an Nachkommenschaft. Auch keine dumme Idee. Schleimpilze sind Verwandlungskünstler. Mit Intelligenz. Und das ist noch nicht alles. Wir treten sie mit Füßen und trampeln auf ihnen herum. Im Erdboden lebt eine Schleimpilzvariante, die jede Science-Fiction in den Schatten stellt. Ein, zwei Kaffeelöffel genügen und die Unterirdischen zeigen, was sie können. An der Universität Tübingen zum Beispiel. Als Lebensraum für diese ungewöhnlichen Schleimpilze genügt ein Tropfen Wasser. Und man kann sich denken, dass ihre Vorstellung nur durchs Mikroskop zu verfolgen ist. Und auch dort, um ehrlich zu sein, machen sie nicht viel her. Als winzige Einzeller wuseln sie zwischen Pilzfäden herum. Bei stärkerer Vergrößerung sieht man immerhin, dass sie wie am Möben vorwärtskriechen. Aber dann beginnt die Vorstellung. Sie rücken näher zusammen, als wollten sie sich verabreden. Und plötzlich, wie auf ein geheimes Zeichen hin, marschieren sie los. Ein Heereszug von Amöben, dem sich mehr und mehr anschließen. Von allen Seiten stürmen sie heran, tauchen ein in den großen Strom. Und es ist nicht der einzige. Eine Vielzahl solcher Ströme wälzt sich auf ein Zentrum zu. Hunderttausend Zellen insgesamt. Der Vorgang wiederholt sich an mehreren Stellen. Und jedes Mal schließen sich die Amöben zusammen. Zu einem neuen, vergleichsweise riesigen Organismus. Zu einer Art Nacktschnecke, die zielstrebig davon kriecht. Der Körper ist außen mit Schleim überzogen und hinterlässt eine deutliche Kriechspur. Im Innern haben hunderttausend Amöben ihre Unabhängigkeit aufgegeben und synchronisieren sich so, dass der Schneckenkörper als Ganzes vorankriecht. Der Vorgang ist fast unheimlich. Da organisieren sich unzählige Schleimpilzzellen zu einem höheren Lebewesen, das Licht und Wärme wahrnehmen kann und auf chemische Reize reagiert. So schafft es den Weg ans Tageslicht, um sich fortzupflanzen. Und dabei wandelt es sich ganz nach Schleimpilzart in ein pflanzenähnliches Wesen. Ein langer Stiel schiebt sich hoch und obendrauf eine Spurenkapsel. Eine zierliche Konstruktion, knapp zwei Millimeter hoch. Die Spuren werden mit dem Wind verschickt und manchmal mit der Schneckenpost. Schleimpilze. Sie kriechen wie Tiere, verbreiten sich wie Pflanzen, zeigen sogar intelligentes Verhalten. Und sie verbünden sich zu Hyperwesen mit völlig neuen Fähigkeiten. Ein einzigartiger Lebensentwurf im Wald vor unserer Haustür. Nicht auszudenken, die Schleimpilze würden den Mikrokosmos verlassen und in unsere Dimensionen wachsen. Ihre Spurenbehälter wären mit Händen zu greifen. Fruchtkörbe so groß wie Böckersteine. Und wenn sie ihre schleimige Masse über den Waldboden wälzen, sollte man lieber woanders parken. Wie beruhigend, dass sie nur einzellige Minimonster sind. Doch Vorsicht ist angebracht. Schon heute können sie manchen Vielzeller das Fürchten lehren. Karl-Heinz weiß es schon lange. Schleimpilze sind überwältigend. So, das ist ja wohl noch nicht. Untertitelung des ZDF, 2020